Ja, ja, Choken als Thema. Und wie viel ungenutztes Potenzial du hast. So fronten sie dich alle. Und man sieht dir an, wie dir der Kragen platzt. Schon wieder rappt der Gegner nicht darüber, wie toll du alles anders machst. Doch das ist dein eigener Verdienst. Denn du bist ja nicht Whack, du bist nur absichtlich Scheiße. Wie sehr dir die Leute dabei aus der Hand fressen. Ja, er muss ja auch echt gar nichts beweisen. Du bist nicht Elon Musk. Kein Plan, warum dich im Netz jeder zweite Lappen verteidigt. Ach, du greifst Gegner bewusst nicht an? Ja, sorry. Natürlich zählt die Niederlage nicht. Du wirst beim Verstecken als erstes gefunden und sagst dann, ich spiel doch gar nicht mit. Warum liegst du dann unterm Tisch, Josef?